So, da sind wir wieder. Diesmal Festung am weißen Felsen. Das ist die neue Map extra für die Amerikaner. Ja. Husfus. Ja. So, was mache ich natürlich? Let's do it. Ich fahre mein Blockpanzer und gebe euch wahrscheinlich Luftunterstützung. Ich fahre M3 Lee. Okay. Das Ding möchte ich durchhaben, damit ich dann in Ruhe M5 fahren kann. Was haben wir denn so ein Team? Auch so T-34 wieder, ne? Ja. Müsstens sein. Und ein M4 Shermie. Führtlein, naja. Vielleicht abflägen. Wo bist du? Geht's direkt zu B, oder was? Na ja. Vielleicht kann ich die nach ihrem Spawn schon mal ein bisschen von der Flanke her. Haltgeschossen. Ja, ist ja gut. Na. Oh, bis der hier den Berg hochkommt, die Karte ist riesig anscheinend, oder? Boah, geht ab. Ey. Der Shermie schießt auf mich. Loll. Von hinten. Oh. Wahrscheinlich mit seinen 12er. Ja, schmerzt nämlich ganz schön. Die 12er hauen auch ein. Alter, was darfst du? Okay, bremsen kann der Panzer ja nicht, da war's ja wieder. Ja, wieso? Kennst den Panzer nicht, das ist doch dein Premium-Panzer, der kann ja auch nicht bremsen, da fährt's ja zu leicht. Ich werd jetzt... Oh. Oh, 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 da sind schon die ersten links. Also in KI, so. Oh, 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 oh. Fährt da gerade von dir weg, oder was? Ja. Oh, da steht mehr als sonst ein... Ach, das ist Sturngeschütz F. Ja, genau. Das ist doch diese... ...zerstört. Sturngeschütz F. Christoph, egal, macht mir trotzdem weg. Ja, das ist ein Schussplaner. Das ist ein Mini-Panzer. Ja, ich muss hier rüber, da ein F2. Verzieh dich. Na, komm, genau in dem Moment, wo ich abdrücken will, trifft mich der Schussverheber und killt meine Besatzung. Hör auf, darauf zu schießen, du Scherz F2. Boah, jetzt habe ich wieder eine Nachladezeit, ey. Jetzt habe ich wieder eine Nachladezeit, ey. Jetzt habe ich wieder eine Nachladezeit, ey. Jetzt habe ich die Beschläuung, die LKW, die Beschläuung von dem LKW ist schneller als meine... Hey. Kannst mal die F2 da wegnehmen, Christoph. Oh, shit. Der Schuss. Nicht auf mich schießen, das schauen wir halt nicht aus nach. Oh, 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 Christoph. Ja. Ist dringend, von rechts kommt gerade eine 3L, die ausfüllt da hier auf die Schießen. Von rechts, wie ist das schul? Hinter dir. Ah, hier die 3L gerade. Oh, nee, habe ich knapp einen unterm Geschützrohr gegeben. Aua. Jawoll. Bam, was habe ich da ausgelöscht? 4C. Cool. Ach komm, du dämliche 3L. Jetzt gehen wir doch nicht auf den Nerv. Unbeschädigt, fuck. Wieder unbeschädigt, nochmal. Boah. Boah, es sind hier Krater. Boah, nee, da will ich nicht reinfahren. Sollen meine Flugzeuge bis vorne, nee. Ich bin nicht schießt, aber zu kurz, weil das... Koch, ich bin nicht schießt. Tief. Ich bin nicht schießt. Scheiße. ich von der drei alter ich kann mit dem dreilinig umgehen ach geil mein fahrer ist tot besatzung ausgeschalten nun einer ist so gleich die ganze besatzung steht dann auch was ist die vollen der war so schlecht okay ich bin ich bin sie mir erst aber ich so lange auf dieser 3L rumgeschossen ab oder was ja abholen der guter abfall ich hab das ding jedes mal getroffen aber das hat einfach nicht draufgegangen ja ich brauche bei meiner positionen Hilfe wegen die wollen so aber es ist auch oder die helfen weil das nämlich der problem mir wegen du bist flackpanzer 3L will ich gleich nicht nur deswegen ja das ist meine 3L christoph wenn ihr die knallskrieche abschüsse aber ich komm da mal ich komme muss so gerade hier bis hier klettern aber obwohl eigentlich würde ich gern christoph helfen jetzt hat er mich hier sehen jetzt hat er mich hier sehen jetzt hat er mich hier sehen jetzt hat er mich die ganze Zeit schon gebettelt jetzt dick hier christoph muss auf jeden fall mal zusammenkommen jetzt geht sie nämlich dick ins castle rein jetzt geht sie nämlich dick ins castle rein ich fahre erst mal die eiche steinmauer steinmauer doch wurde geknallt von von kv 1 hier von einem schaubigen kv 1 weil hier ist ein gegner und du zündest ihn einfach mal einer gut ist das aber eine kv ja ich fahre erst mal die eiche hier mit einem panzer rum genau also bevor ich noch ich habe das ganze magazin jetzt noch nebenverwoller davon und so was der plan wir haben wir müssen auch verteidigen die neben mir nämlich schon b1 ja wir nehmen b1 ist klar ich will aber auch noch was ich will aber auch noch weit von links einfach siehst du immer für gegner wieso nicht das ist jetzt nicht da geht noch wo ist denn der rechts neben uns und vor uns und überall und ja ich brenne und ich habe kein feuerlöscher du mal da war der buch sagt ja ja die kleine mitgegeben ja ohne feuerlöscher ist böse ja flugzeug ausgebrannt kann auch so gut fliegen ja eh damals weil es ein flugzeug ist ne damals machen wir jetzt einen auf flack kompanie naja das bad kompanie flack kompanie weißt du das bad kompanie flack kompanie weißt du da ist ein guter schutz gegen jetzt brennt er jetzt brennt er ja hat er 3j 4j ja 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 er ist der vorgänger vom 3l deswegen hat er die gleiche waffe und die gleiche munition ja ja hat das Land der Gäste an mein Gezwiebel der macht ihn was ist das dort muss er hinnehmen Geld weil die Armee haben die A oder er wird sich an doch gesagt auch verteidigen all die werden sich wirklich lange haben wir werden schon durch B das das ganze und gewonnen Stummgeschütz habe ich leider nicht mehr getroffen ich hätte gesehen was was da noch gewesen wäre als Gegner aber ich habe es nicht gefunden ah oh oh Gott hier ersten Schlag Profi die beste Staffel und wie viele Punkte hast du gemacht? 2.000 fehlen noch 4.000 dann habe ich den Chermie den Chermie habe ich ja auch schon durchgelevelt und den M16 habe ich auch bald durchgelevelt ich kann eigentlich fast nichts mehr durchleveln ich kann eigentlich fast nichts mehr durchleveln hey ich komme bei dem M16 irgendwie gar nicht durch die Töte müssen auch mal Flugzeuge auftauchen ja tja naja das war auf jeden Fall eine krasse Karte lief schon wie einmal gar nicht so schlecht mit meinem Stewie da sind wir auch schon wie am Ende angekommen ich hoffe euch hat es gefallen und ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Mal machts gut tschau 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 ja so müsstest du die Folge da vorne nennen auf Dschungel das war schon glücksdosig t34 geht mir hart auf die Nüsschen aber t34 im Team? ja, im Premium sogar Oh, oh, richtiger Lapp, ey. Ja, Lapp mal da, ey. Bei T-34 ist ja nicht so, als ob das Ding schon okay genug ist. So, wir haben einen M4, sehe ich. Ja, aber gar nicht, auch einen Einzug. Oh, der Mada hat den Flachpanzer anhand geschossen. Nee, Mada wurde abgeschossen von Flachpanzer. Nein, der Richtschutz ist total. Der Richtschutz ist mit dem Stich. Oh, Gott, der Mada. Schade, 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 hey. Nichts zu unterschätzen, der Gegner. Bamm, das ist ein Verlust. Oh nein, jetzt muss ich mit dem Flachpanzer starten, weil ich so schlecht war. Ja, so frühe Storben halt. Oh, warum spawnen die oben keinen an der östlichen Seite von den Gegnern? Ich will da mal einen wegrotzen. folge ich mal Christoph. Boah, da fährt einer Wirbelwind. Oh, wirbel den Wind, ey. Wie wir sich gerade voll gegen die Wand klatschen. Oh, shit. Hat der Wübel wirklich beschossen, oder? Ja, er hat aber nicht getroffen mit den 20ern, sonst wäre ich schon längst am Arsch. Er fährt Sammerfeld Flach. Ja, Christoph auch. Oh, naja, wo seid ihr? Ja, ich bin ja. Du gehst ja nach mit meinem M3-Leader, ich werde die Schiffe durch. Sturmgeschütz 3F, da haben wir keine Chance. Pass auf. Wieso von hinten ab, das raus? Abschlusshilfe jetzt. Und so. Die Sturmgeschütze geplattet, wie das ganze Gegnerteam einfach ohne, dass ich bisher ein Gegner gesehen auch auseinandergenommen würde. Oh, superfutter. Nein. Und unser Flaggpanzer-Word von Webelwind. Okay. Ernsthaft? Abschlusshilfe. Oh, 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 oh. Geil. Ja. Nice, merci. Der hat mich gut geschossen. Was ist hier los? Ich habe noch keinen Gegner gesehen. Oh, fuck. Der hat mich sehr an den Zünder zusammen. Und Abschlusshilfe. Der bürbelnde Wind, ey. Oh, da steht noch einiges bei denen da oben. Jawohl, jetzt habe ich wieder genug Punkte. Ich kann mit meinem M3 starten. Nice. Und ich starte immer hier unten. Das geht ab. Okay. Das ist aber eigentlich zufallsbasierend, ne? Ja, eigentlich. Abschlusshilfe von Marder 3. Ja, weil ich bin durch Zufall nämlich da oben im östlichen Teil gewesen, wo... Ja. Und hast schon ganze drei Punkte gesammelt. Hut ab. Ja, weil da war kein Gegner. Ja. Auch wie... Wie die Artillerie-Schläge da immer wieder kannst du den Tritter draus spielen, ey. Irgendwo steht hier ein Sturmgeschütz, oder? Ja, da oben bei denen. Ey, versuch's jetzt da hinaufzukommen. Komm schon! Der M16 will nicht. Ach komm noch, komm noch hoch im 16. Es ist, hab das Sturmgeschütz geplättet. Echt, der hat ja auch gelöst. Hab ich die mit der dicken M3 liegt an, ohne vor die Finkel geschossen. Hilfe! Warum? Aus irgendeinem Grundkontille hab ich's gerade eben geschauft. Nur weil ich den Hügel hochgegangen bin. Mich umzukippen. Aha. Nimm 16. Was freiliche Team hat eine Fahrzeuge? Oh Gott. Ja krass. Schneller Sieg-Hack. Uh, was sind das denn für Loops gewesen, ey. Ja, übel haben wir die überrannt. Ja, da kann ich ja nix an Punkte machen. Mit dem M3 Lee, wenn ich nur eine Abschlusshilfe kriege. Hallo. Oh ja, aber punktetechnisch kam jetzt nicht so viel rum. Nee, bin ich nicht gerade an meinen Schermi rangekommen. Teamarbeit. Seid ihr bereit, Team- Und Adamant bekommen. Yay. Mit Schlagpanzer oder was? Was habe ich denn jetzt? Ach, hier für dich. Einbauen, Richtantrieb einbauen, alles einbauen. Das forschen wir jetzt. Jawohl, Luftfilter. So. Ah ja. Schauen wir mal hier. Du, du, du. Mit dem M3 dauert es noch eine Weile. M5A1 habe ich gleich erforscht, wenn es so weitergeht. Oh, 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 oh. So, na ja. Dann. Haben wir es eigentlich schon wieder. War ja echt krass schnelles Battle-Hills. Wahnsinn. Yo. Ich hoffe, in den nächsten Battles läuft es genauso gut. Nur dauert halt, soll ein bisschen länger dauern. Ja, ich weiß nicht mehr. Mit dem Stewie nicht so früh hops gehen und dann regnet es wieder ordentlich EP, hoffentlich. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge erfahren. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Und haut rein. Tschüss.